Mensch, du Maschine repariert haben? Gut. Fist Hammer hier. Haben Menschen Maschine reparieren lassen? Guten Platz gefunden haben, mit Mauern und Wasser. Mensch, winzigen Raum in Boden gebracht habe. Viele gute Sachen drin. Mehr Leute schicken, wir mehr überfallen. Wir dir Knarren zum Tausch geben. Okay Mensch, jetzt Maschine nicht mehr aufnehmen machen. Mensch, jetzt nicht Zeit mehr schlafen. Nicht bluten, Maschine bedienen. Ah, okay. Hammer mit Maschine stoppen. Mensch, jetzt tue ich die Zeit zum Bluten. Mensch, nicht schlafen. Oh Gott, ey. Eine Pazituation per Exzellenz. Was? Hilfe? Also, das ist eine lange Geschichte. Nein, das ist eine kurze Geschichte. Ich schreibe Kurzgeschichten. Es war abgemacht, die Beute durch vier zu teilen, aber bevor es dazu kam, hat sie sich einer komplett unter den Nagel gerissen. Diese Idioten schreien sich immer noch an. Hier ist Marshall Friedman. Wenn du mir einen Gefallen tun und diese Trottel zum Schweigen bringen willst, damit ich mein Nickerchen fortsetzen kann, dann wüsste, dass nur einer von ihnen die Wahrheit sagen wird. Die anderen drei sind Lügner. Wenn du rauskriegst, welcher die anderen ausgeraubt hat, verpass ihm von mir eine Kugel in den Kopf. Das wäre prima. Das war nicht jetzt. Wir sind alle tot. Hoppala. Ich vergaß. Ah, da haben wir ihn doch. Du hast ein Donnerzeichen im Rücken. Okay, wir haben einfach alle erschossen. Ich hätte nicht die Shotgun nehmen sollen, oder? Hoppala. Aber ich habe Freunde gefunden. Kriege ich deine Telefonnummer? Jetzt sind wir alleine. Ja, wer sagt es denn? Nummerherz? Nummerherz? Ich habe ihn vorhin auch gesehen. Oh, fuck. Oh, Gott. Hat jemand was zu essen? Ich habe sechs. Fünf. Naja, ich habe Fleischbunds in der Basis gelagert. Aber nur so. Nurfalls muss ich Monsterfleisch essen. Ja, das ist Monsterfleisch hier in der Basis. Oh, es ist weg. Ja, ja. So, es ist jetzt nur die Frage. Das macht echt alles gut. Schön für die Waschböre. Schön, die greifen mich an. Ich weiß, dass meine Tochter in Gefahr ist. Ich spüre es. Finde sie bitte. So. Eine Sekunde. Ich lasse mein Kabel drinne. Ich bin starker. Ich bin ein Mann. So. Ich hatte mir ja ein Kabel gekauft, aber ich habe es dann nicht ausgepackt. Alles in Ordnung? Nein, ich packe gerade ein Kabel aus. So. Sorry, dass es so laut war. Wir werden es morgen erfahren. Jetzt hör auf mit einem Schutzschild. Ich will dich töten. Mann. Krebskorps. Das kann ruhig dein Ernst sein. Dankeschön. Geht doch. Zwei Mal getroffen. Tu mich auch, Alter. Tu mich auch. Okay. Wärtere Geschütze. Schnabel. Warum? Warum kannst du nicht einfach sterben? Es ist offensichtlich, dass du... Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Das ist doch nicht dein Ernst. Jetzt tötet ihr das, verdammte Vieh. Gott. Ich komme zum Glauben ab. Ich fasse das nicht. Das muss ein Albtraum sein. Das muss einfach ein Albtraum sein. Ich schwör's dir. Ich nehme dich gleich aus der Box. Ich nehme dich gleich aus. Das ist unmöglich. Man kann das nicht zweimal hintereinander einsetzen. Und wieso sollte man das überhaupt tun? Ich meine, hättest du... Wäre ich vergiftet oder so? Hätte ich gesagt, okay, kein Problem. Setz das 50.000 Mal ein. Und dann treffe ich dich. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Der ertöntet mich noch. Halleluja. Dankeschön. Einfach Dankeschön. Volltreffer. So will ich das sehen. Ach Gott, was ein Kampf. 5 Minuten oder was? 5 Minuten oder was?